Ich glaube, das Musikvideo ist sehr gut angekommen. Im Chat schreibt Severin was? Der schreibt einen brutalen Beat. I love this music. Und der schwarz-weiss meint auch einen coolen Clip. Okay, cool. Was ich noch möchte anfügen, ist, du siehst immer heiss aus. Ich weiss nicht, wie du das machst, aber immer siehst du sexy aus. Und unser Tony, der Anthony Bighead, hat auch angefangen, er möchte auch sexy aussehen. Und er hat angefangen, weisst du was, ich schnappe mir eine Sonnenbrille und gehe ans Bellevue in Zürich und reisse ein paar Frauen auf. Und wie sexy und wie gut er ist angekommen, schaut doch einfach selber. Ich benötte heute den Seeproponaden und heute ist das optimale Wetter, um jemanden kennenzulernen. Sie wissen, was ich meine. Ich bin auf der Mission Flirts und dafür habe ich einfach ein Hilfsmittel. Eigentlich diese Brille hier. Mal schauen, wie viele Frauen meinem sexy Look können wieder stehen. Halten am Ende an, ich bin auch schon. Ich bin, wie viele Leute hat das Gefühl haben wir das Gefühl Hey girls, wie findet ihr mich in Sexy look. Hallo, wie findest du meinen Blick? Die Brille ist geil. Hey, Mamacita. Hey, was mache ich falsch? Ich bin hier mit den Brille überwaffnet und es müsste doch eigentlich funktionieren. Ich brauche definitiv Hilfe.